Die Jagd beginnt! Willkommen zu einem neuen Teil Handschaudown Die Krähen sind auch wieder am Start Oh je, ist aber was los Oh, Kitter Wo ist denn der Köter hin? Ist tot Da ist ein anderer Ist auch tot Okay, sehr gut Nee, weil der kam eben angelaufen Aber macht es Plummen und weg war er Vorsicht hinter dir Kann ich dich nur unterstützen Zu spät Du warst zu schnell So, dann haben wir das auch erledigt Ich habe jetzt auch diese komische Waffe Die man tausend Jahre nachladen muss Ah, okay Das ist die Pistole, ne? Aber die hat dafür auch unheimlich viel Schuss Genau Gar nicht schlecht Damit kann man ordentlich Löcher in die Gegner Brutzeln schießen So Schauen wir mal Wer sich hier nass herum treibt Wo ist denn jetzt lang? Ah, hier Es wird schon wieder geballert Mhm Wie in der Ballerburg hier Gucken wir mal Ob wir das Ganze auch hinbekommen Hier ohne Teufel Die müssten ja eigentlich hier vor uns sein Die blauen hier irgendwie in den Gebäuden Wahrscheinlich Das wäre nicht so cool Oh, aber hinter dir ist ein Genau So So wahrscheinlich hier rein Schön nachladen Oh, da oben hängen die Leichen Das ist ja Das ist ja wieder ein Anblick Oh, warst du das? Ja, ich schieße auf diese Schwarmmutter da Hm Ich habe auch gerade geschossen So Hier ist Pistolenmunition Hier ist Heilung Brauchst du Heilung? Nee Okay Oh, scheiße Zurück, zurück Das sind Gegner in der Nähe Oh Wenn dieser komische Kreis da rot leuchtet Dann sind Gegner in der Nähe Äh, welcher roter Kreis? Diese komischen Hinweise Die leuchten dann nicht blausend Und so orange-rot Ah, okay Dann weißt du, dass andere Jäger in der Nähe sind Ich habe mal gedacht Die sieht man nur so 5 Sekunden oder so Na, du siehst ihn nicht die Jäger Du siehst nur den Kreis, der Hm Also wenn du jetzt reingehst Ich weiß nicht, ob das jetzt blau ist Also bei mir wird es blau angezeigt Naja, nein, der Kreis direkt leuchtet dann anders Ja, ja, ja Sehe ich auch vom Weiten, ne? Kommt drauf an Also bei mir ist sie da Der leuchtet rot halt, ne? So orange, nicht blau Also ist der irgendwo und hockt auch Und wartet auf uns Können wir mal was reinwerfen Na, er ist nicht direkt da drin Ich guck mal hier links rum Mal gucken, ob ich ihn von hier aus sehe Okay Ja, ich sehe kein Ja, da ist sie nicht bei jetzt War ich der Zimmer noch rot? Ne, bei mir blau Also ja, vom Weiten rot Wenn ich aber eh andrücke, blau Ja, ja, das Oh, du hast Scheiße Okay Von vor Ja, das ist eine gute Frage Ich glaube auch von da Genau, die Richtung passt schon irgendwie Der ist oben Jetzt ist er ganz oben Ja, ich weiß jetzt nicht Von wo der überall rausgucken kann Alter, danke Ja, wenn er da ist, dann können wir ja hier lang gehen Also er ist auf jeden Fall Äh, ganz oben reingegangen Hast du ihn? Ne Oh Er hat wieder auf mich geschossen Und von irgendwie schräg rechts Ah, ne, jetzt Unten rechts an der Tür ist er An diesem Tor Ach, oben ist er auch Oben ist auch einer Alter, den sehe ich gut Das ist ja wieder so eine Parker Ey, die hast du hier Alten Pisser, ey Ja, von da, genau Schieß mal aufs Fass Ach, du Mönch Alter Das war aber übel, ey Ja Ich hab